Konuskrone. Was ist eine Konuskrone? Die Konuskrone verfügt über einen Innenteil, mit dem sie auf dem Zahn aufsitzt, sowie einem Außenteil. Die Verarbeitung der beiden Teile ist sehr präzise. Die Konuskrone läuft nach oben hin kegelförmig zu. Konuskronen sind hilfreich bei der Befestigung von herausnehmbarem Zahnersatz. Die Befestigung erfolgt über künstliche Kronen innerhalb von Prothesenzähnen. Konuskronen passen exakt auf die speziell überkronten Zähne des Patienten.